Hallo und Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute sind wir auf der Suche nach den Fashion Trends 2016 im Brillenbereich. Sonnenbrillen, Lesebrillen oder auch die ein oder andere Deko-Brille. Keine Sorge, wir lassen euch nicht im Regen stehen. Servus, ich bin der Andi vom Freudenhaus. Ich zeige euch jetzt drei neue Brillen von uns. Das ist einmal die Magnum in DBO als Sonnenbrille. Super Brille für den Alltag. Passt jedem. Dann einmal die Magnum als normale Brille, dass ihr einen Vergleich seht. Sieht auch super aus. Und einmal die Maik in M Havanna. Ist auch eine Neuheit von uns. Glaube ich passt auch jedem. Kommt super und sparen in sehr coolen Farben. Bei uns erhältlich. Das war wieder eine Folge von Monaco Deluxe. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier habe ich euch das Video vom letzten Mal verlinkt. Vergesst nicht mitten auf den Button zu klicken, um uns zu abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Und folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram. Luxus und auch für die höhere Qualität, aber auch für Farbe. Man bekleidet wunderschöne Frauen, genau wie die Rex von mir, Lena Gerke.